Oh, ich blute, ich hab kaum noch Blut. Oh Gott, ey. Oh Gott, sorry, ich dachte, du wirst ein Zombie, tut mir leid. Ich hab dich nicht getroffen, oder? Nein, hab ich dich getötet? Nein, gar nicht. Oh Gott. Äh, ein Revive, bitte? Hauptsache, ihr teabagt mich nicht. So, dann kann ich alles weiter machen. Ey, 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 was geht? Wer ist das? Haha, bläst du. Klaut ihr mir jetzt mein Auto? Gib mir mein Auto wieder, oder ich erschieß dich. Hallo, Jürgen. Aber du weißt, was du da machst, ja? Ja, du ja. Ich bin drinnen, lassen Sie uns abheben. Ja, ich geb mir Mühe. Äh, lol. Was machst du? Was mach ich? Nein, du nicht. Achso. Ihr flippt das Auto. Hast du ein Auto gespuppt, oder was? Nein, da ist... Alter, Alter, Alter. Du bist ein Moment. Du bist einer von uns, du beschießt dich einfach. Äh, wer ist denn das? Ja, ich hab keine Ahnung. Was denn? Alter, sag mal, willst du den Heli ficken, oder willst du ihn abheben? Ja, das passt. Kein Problem, Alter. Ja. Oh Mann, ey. So, jetzt gehen wir drauf. Ich mach mal die Engine-Ans. Warte mal. Oh ja, du geiler Heli, komm. Ja. Oh, ho, ho, ho. Ja, heiße. So hast du das gerne. Du dreckiges... Oh, ich glaube, wir rutschen. Nee, doch nicht. Ach, Mann. Gehen wir denn mal jetzt hier auf, ich bin drauf auf dem Heli. Nee, also der glitscht durch den Heli, also auf den Boden, aber wir hüpfen so. So, äh, Lowrider-Style. Ja, das sieht echt... Okay. Keep on, don't, baby. Bei mir stehen wir ganz gerade drauf. Ah, du machst hopp-hopp. Äh, wenn ich jetzt abspringe, bin ich dann tot. Äh, nee, du würdest, glaube ich, mit dem Fallschirm rausspringen. User left your channel. Ja, komm, for the win, ich versuche es. Könnte mich nochmal jemand reviven. Also, das nervt da echt, ey. Ich dachte, das wäre einer von uns, der da im Hangar rumgammelt. Nee, aber auch jetzt von draußen sieht das nicht anders aus. Okay. Oh, hopp-dall-hut. Aber, äh, trotzdem, äh, schönes Bild. Ja, ne? Ey, was macht das denn? Sieht kriminell aus. Ja, ja, keine Sorge. Oh Gott. Lauf, da nicht, Alter, lauf, da nicht. Oh mein Gott. Du hast ihn getötet. Hab ich? Oder ihr hattet mindestens umgehauen. Okay. Vorbei mit dir. Gott. Weißt du, vielleicht treffe ich ihn ja nochmal, Moment. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, das ist quasi nur ganz schön, das Ding. Ja, nicht so schlimm. Ja, ich bin gerade am Rauchen. Ach so. Du weißt doch, Rauchen während du fliegen ist verboten. Ja, sind wir hier bei der Lufthansa, oder was? Ja, sicher. Wo ist die Stewardess? Tomatensaft. Flugbegleiterin, ich entschuldige mich bei allen Stewardessen. Tomatensaft. Ja, Saftenschubse. Hey Gott. Machen wir jetzt hier Flugstunden. Starten, landen. Ja, genau. Mal gucken, ob ich Blistix nochmal treffe, wer weiß. Dann musst du da vorne irgendwo liegen, oder so. Schüsse fliegen kaputt, Junge. Ey, er schießt immer noch auf mich. Die dumme Sau. Du beschießt, ey. Ja, echt? Mit dem Geschütz vom Yui. Echt? Ja, der Assi. Sieht aus wie Laser. Ja. Ja, das sind so... Leuchtspurengeschosse. Genau, Leuchtspurengeschosse. Jo, bremsen. Oh Gott, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Nee, das Ding doch hoch. Lars, los! Wirklich so ganz am Rand am Landen. Ey, du kannst hier nicht auf dem Zebrastreifen landen. Das weiß sie ja wohl, ne? Ja, da habe ich einmal eine einigermaßen schöne Waffe gefunden und dann begebe ich mich wieder in Lebensgefahr. Put das, Zombie, down! Mal gucken, vielleicht kriege ich ein Listix ja noch eben. Und der Typ hat mich gelooket. Er hat jetzt seine G36-Hamouflage, die er vorher hatte. Meine M4A3 war wohl besser. Sieh dich. Oh Gott, der Typ war so cool. Ey, ihr habt doch eine Kötze. Oh Junge. Nein. Ey, du bist verflucht. Immer wenn ich mit dir fliegen will, dann sterbe ich. Sag mal, was kannst du eigentlich? Sterbe. Ja, siehst du doch. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Oh, er hat's überlebt. Du hast überlebt. Jetzt darf mich nur der Blistix nicht erschießen. Mano. Unfucking fassbar. Blistix steht hier gerade komisch rum. Darf ich den Blistix erschießen? Ja, mach doch. Ja, ich nehme euch beim Wort. Ja. Ja, wenn dir das gefällt, mach. Wenn dir das gefällt, wenn du stehst. Mach doch nicht. Ich bin wiederbelebt. Ey, was geht denn hier für ein Feuer ab, ey? Ja, hallo, das wart ihr. Ja, Blistix ist da unten. Wir sind etwas irritiert gewesen. Große Explosionen, auf einmal wilde Schießerei. Und, ähm. Komm mir das denn so vor. Da hängt das eine von dem Rad im Boden drinnen. Ich glaube, das hintere, rechte. Äh, Lukas ist das. Bei mir sieht uns so aus. Hier, da hängen allgemein alle im Boden drinnen. Ja, irgendwie die rechte Seite, ne? Ja. Ich kann fliegen, äh, fliegen, oh Gott. Bitte? Was sagtest du? Ja, du sitzt auf der rechten Seite mit Heike, Noki. Ja, anscheinend sind wir wohl die Dicken hier, weil wir das auf dem Schräg lagen. Oh, Blistix ist böse. Wieso? Er will, dass ich, dass ich ihn zu mir porte. Wir müssen da einen abknallen. Ich glaube, da war ein Dich. Geil. Hier gibt's auch ein, hier gibt's auch ein Essence and Squeez. Warte mal. YouTube. Wie setzt man sich denn in den Schneidersitz? Mit E. Was? Mit E. Oder wie auch immer. Ja, machen wir eine kleine Besprechung. Guck mal, ich hab mich verdrehen. Hier, Loll. Ui, ui. Ja, wir spielen. Oh, jetzt steh ich wieder auf. Konnt man nicht auch irgendwie salutieren? Aber du hast aber schönes Gestrüppel im Gesicht. Ach, kein Ding. Geht. Doch, ein Offroader. Ach, gescheuert. Äh. Oh ja, und wir stehen wieder mit der Hinterachse in der Luft. Loll. Oh. Oh. Nein. Was ist das denn für eine Scheiße? Warum jetzt? Warum jetzt? Es hat doch geklappt. Verbunden. Morphium. Auf den Wichser schießen. Und jetzt kackt der Server ab. Ach, du blutest? Der hat geblutet, Loll. Ja, und ich hatte den Knochen gebrochen.